Schnell und dumm von Anthony Birch Schnell und dumm oder langsam und klug? Das ist es, was mich je immer fragt. Nun ja, ich sage Fragen, aber es handelt sich nicht wirklich um eine Frage. Es steht nicht zu Diskussion. Nicht wirklich. Man kann impulsiv und schnell sein, man kann improvisieren und Spaß haben oder man kann die Dinge auf Yeez-Art machen. Die richtige Art. Langsam, geduldig, strategisch. Mit einem barschen, entschlossenen Ausdruck auf seinem Gesicht, als ob er in einen Misthaufen getreten wäre. Weil er genau das getan hatte. Weil ich ihm etwas Mist in seinen Stiefel gepackt hatte und dachte, er würde das lustig finden. Fand er nicht. Ich schon. Am Ende hat es also doch gepasst. Aber das wirklich lästige dabei, er hat gewöhnlich recht. Über die Jahre, die wir zusammen trainiert haben, habe ich ihn im Kampf etwa zwölfmal besiegt? Im Gegensatz zu den hunderten Malen, die er mich gnadenlos vermöbelt hat. Und jedes Mal, jedes verdammte Mal, wenn ich mal wieder im Dreck gelandet war, wusste ich, dass ich ungeduldig geworden war. Hatte ausgeholt, obwohl ich mir nicht sicher gewesen war, ob ich treffen würde, hatte mich auf eine vermeintliche Schwachstelle in seiner Deckung gestürzt, die sich als Falle herausstellte. Und ich bin nicht bescheiden. Ich bin gut. Sehr gut. Yee, humorlos wie er ist, ist nun mal einer der größten Krieger, die ich je getroffen habe. Und der Junge ist auch nicht langsam. Er ist schnell. Schneller als alle, die ich bisher gesehen habe. In etwa so. Er zieht seine Klinge, dann verschwimmt alles kurz und schon liegen drei Typen blutend auf dem Boden. So schnell. Wenn er mir also sagt, dass langsam und klug besser ist als schnell und dumm, versuche ich meistens auf ihn zu hören. Die Betonung liegt auf Versuche. Und meistens. Wir wanderten durch einen Wald voller mannshoher Pilze, als wir die Schreie hörten. Yee unterbrach nicht nur die Pointe eines urkomischen Witzes, den ich gerade erzählte, sondern zwang mich auch noch, in ein Dickicht voller Disteln abzutauchen, um nicht gesehen zu werden. Es waren sechs, fünf Banditen und ein gefesselter Gefangener, ein älterer Bauer mit ängstlichen Augen. Ich fand, dass die Situation spontanes Trommeln mit meinem Stab auf ein paar Hohlköpfe erforderte, doch Yee hielt mich zurück. Er legte einen Finger auf seine Lippen und zeigte dann auf seine Augen. Beobachte, denke dir eine Strategie aus. Schnell und dumm oder langsam und klug? Ich seufzte und beäugte die Gruppe kritisch. Zerrissene Lumpen hingen über ihre buckligen Rücken, die von den Strapazen angespannt waren. Sie schienen sich um ihre Klingen wesentlich besser als um sich selbst zu kümmern. Ihre Augen durchkämmten die Umgebung, während sie marschierten, sie hielten Ausschau nach einem potenziellen Hinterhalt. Einer schob einen Knebel in den Mund des alten Bauern, wahrscheinlich, um die Schreie zum Verstummen zu bringen, die wir gerade gehört hatten. Banditen Der alte Bauer brach zusammen und fiel zu Boden. Der Sturz war gewollt, das konnte jeder sehen. Seinen Peinigern entging das nicht. Der Anführer hielt an und baute sich vor dem alten Mann auf. Jetzt reicht's, sagte er. Du bist alt, mein Freund, aber nicht so alt. Du fällst alle hundert Meter hin, nur um Zeit zu schinden, damit du in Ruhe nachdenken kannst, wie du hier herauskommen willst. Das ist ein uralter Trick, der ist älter als du selbst. Er ging in die Knie, um mit dem Bauer gleich auf zu sein. Du hast nicht wirklich eine Kiste voller wertvoller Steine zu Hause, oder? Der alte Mann starrte den Banditen an und sein grauen, wichstiller Resignation. Er schüttelte den Kopf. Wie schade. Der Bandit lächelte aufgesetzt, die Art von Lächeln, die normalerweise dazu führt, dass jemand einen Dolch hervorzieht. Ich rette ihn jetzt, flüsterte ich Yi zu. Yi schüttelte den Kopf so doll er nur konnte, ohne dass dabei seine Brillenvorrichtung klapperte. Ich musste nicht nach dem Warum fragen. Er wollte sicherlich, dass einer von uns um sie herum schlich und sie von der anderen Seite des Pfades aus angriff, sodass wir sie in der Zange hatten. Oder etwas ähnlich Listiges und Zeitaufwendiges. Langsam und klug Yi's großes Problem, abgesehen davon, dass er mich nicht witzig findet und abgesehen von der Tatsache, dass er durch seine Brillenvorrichtung wie ein Mannsgroßer Käfer aussieht, ist, dass er die letzten Jahre allein in einem Feld voller Blumen gesessen hat. Seine Geduld ist grenzenlos. Er denkt, dass alles durchdacht werden kann, dass es für alles einen Plan geben würde. Und er bestand doch darauf, es langsam anzugehen. Wir würden es auf seine Weise versuchen. Ich nickte ihm zu und dann in Richtung des Pfades hinter den Banditen. Du schleichst dich hinter sie. Ich greife auf dein Signal hin an. Yi kroch durch das Dickicht zurück. Er sauste auf die andere Seite des Weges und war dabei zu schnell, um bemerkt zu werden, selbst wenn sie in seine Richtung geschaut hätten. Ein klassischer Hinterhalt. Er würde ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann würde ich sie von meiner Seite des Weges aus hinterrücks angreifen. Genau in diesem Augenblick zog der Anführer der Banditen eine Klinge aus seiner rechten Hosentasche. Ein kleines Ding, für nichts weiter zu gebrauchen als eine Frucht zu schälen oder den Hals eines alten Bauern aufzuschlitzen. Ich konnte Yi nicht im Dickicht auf der anderen Seite des Weges ausmachen, aber ich wusste, dass er die Klinge nicht sehen konnte. Er wusste nicht, was geschehen würde. Sie waren kurz davor, den alten Mann umzubringen, egal wie sehr Yi auf Nummer sicher gehen wollte. Uns blieb nicht genug Zeit, um langsam vorzugehen. Zum Glück hatte ich ein geheimes Ass im Ärmel. Ich bin ein wirklich, wirklich, wirklich guter Kämpfer. Der Anführer packte den alten Mann beim Schopf und hielt ihm ein Messer an die Kehle. Ich sprang mit erhobenem Stab aus dem Dickicht und schlug ihm die Klinge aus der Hand. Dann kamen wir zu meinem Lieblingsteil. Jedes Mal, wenn ich jemandem zuvor komme, habe ich normalerweise zwei bis drei Sekunden, bis der andere weiß, wie ihm geschieht. Die meisten Leute haben noch nie zuvor einen Vastaya gesehen, geschweige denn einen Shimon. Sie starren mich mit offenem Mund an. Das gibt mir meistens die Chance, einen Treffer zu landen, noch bevor sie begreifen, was gerade vor sich geht. Ich stieß mein Knie in das Kinn des Anführers der Banditen, sodass seine Zähne so hart zusammenschlugen, dass selbst ich bei dem Geräusch zusammenzuckte. Bleib, wo du bist, Yi, schrie ich in Richtung des Busches, in dem er unentdeckt wartete. Ich habe alles im Griff. In diesem Augenblick bohrte sich ein Messer in meine Schulter. Anscheinend trug einer dieser Trottel einen Gurt mit Wurfmessern um seine Brust, den ich nicht bemerkt hatte. Ich versuchte, mir nicht vorzustellen, wie Yi süffisant lächelte. Alles im Griff, ja, schrie er aus dem Dickicht heraus. Bestimmt blieb er dem Kampf noch so lange fern, bis man mir die Zähne eingeschlagen hatte, damit er heraneilen und mich retten konnte. Ich hörte ihn schon rufen, Ich habe dir doch gesagt, wir sollen langsam vorgehen. Fällig, rief ich zurück und warf eine Handvoll Rauchmohn auf den Boden. Ich habe immer welche bei mir. Sie sind im Kampf nützlich und noch nützlicher, wenn mir langweilig ist und ich Yi ärgern möchte. Dann vermöbelte ich den Rest der Bande. Ich werde euch nicht weiter mit Einzelheiten belästigen. Moment, doch, denn das war einfach fantastisch. Ich hielt meinen Stab hoch und wirbelte ihn umher. Ich zielte dabei möglichst hoch, um den schwächlichen alten Mann nicht zu erwischen. Meine Arme zitterten jedes Mal, wenn das Holz gegen einen Schädel schlug. Ich wich hieben aus, parierte Schläge und wurde nur etwa zweimal ins Gesicht geschlagen. Als sich der Rauch verzogen hatte, war ich der Einzige, der noch stand. Naja, ich und der alte Mann, nachdem ich ihm auf die Beine geholfen hatte. Yi trat aus dem Dickicht und seufzte. Ach, komm schon. Warum seufzt du? Ich habe den abgeranzten alten Mann gerettet. Hey, meldete sich dieser zu Wort. Und meine Schulter wird bestimmt in den nächsten Tagen verheilen. Autsch. Ich berührte die Wunde. Was hat dich denn dieses Mal enttäuscht? Yi schnitt die Fesseln des Mannes durch. Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin gereizt. Warum? Es fällt mir schwer zuzugeben, dass ich falsch lag. Du warst ungeduldig, waghalsig und hast die absolut richtige Entscheidung getroffen. Ich lächelte. Schnell und dumm. Er klopfte mir auf die unverletzte Schulter. Schnell und dumm. Die T Irland-Marville Das ist ein Lä more des Mads-Marville Untertitelung des ZDF, 2020